B2.3. Für den Punkt D Element AS gilt AD sind 4 cm. Zeichnen Sie die Strecke DM in das Schrägbild zu B2.1 ein und berechnen Sie das Maß des Winkels DMA. Also hier unsere Zeichnung. Schaut ein, einzeichnen. Die Strecke AD ist 4 cm lang, also von A aus 4 cm abmessen. Dann bekomme ich hier meinen Punkt D. Zusätzlich noch mit M verbinden. Dann habe ich schon meine erste Aufgabe erfüllt. Nämlich die Strecke DM einzuzeichnen. Nächster Schritt. Berechnen Sie das Maß des Winkels DMA. Wo liegt dieser Winkel? DMA haben wir hier. So, wie komme ich da drauf? Ich suche wieder ein Dreieck, in dem dieser Winkel drin liegt. Da habe ich natürlich das Dreieck AMD. Bekannte Größen eintragen. Ich kenne unten die Strecke AM mit 9. Hier AD sind 4 cm. Und zusätzlich kenne ich auch den Winkel MAS. Den haben wir nicht oben ausgerechnet. Der war 48,01 Grad. Okay, mehr kenne ich nicht. Das heißt, ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Also, wie gehe ich vor? Ich schaue nach. In welchem Dreieck das liegt? Habe ich ja schon gesagt. Überlege, ist dieses Dreieck rechtwinklig? Weiß ich nicht. Sieht nicht so aus. Keine Ahnung. Also funktioniert nur Sinussatz oder Kosinussatz. Mit diesen beiden kann ich nur rechnen. Dann überprüfe ich, habe ich genügend Möglichkeiten für den Sinussatz oder Kosinussatz. Kann ich in der Formelsammlung schnell herholen. Hier ist mein Sinussatz. Hier ist mein Kosinussatz. Für den Sinussatz bräuchte ich zwei Winkel und zwei Strecken. Und zwar immer die gegenüberliegenden. Das heißt, wenn DMA mein gesuchter Winkel ist, brauche ich die gegenüberliegende Strecke. Das ist AD mit 4 cm. Das passt. Aber für den Winkel mit 48,01 Grad fehlt mir die Länge der Strecke MD. Also der Sinussatz geht zumindest auf die Schnelle mal nicht. Überprüfe noch den Kosinussatz. Für den Kosinussatz brauche ich drei Strecken und einen Winkel. Mir sind aber nur zwei Strecken bekannt. Das heißt, der Kosinussatz funktioniert auch nicht, um diesen Winkel direkt auszurechnen. So, die Möglichkeit wäre jetzt, entweder in den Dreieck zu wechseln und gucken, ob ich in meinem anderen Dreieck mehr Erfolg habe. Oder aber ich berechne eine der fehlenden Dinge. Also entweder einen fehlenden Winkel berechnen oder eine fehlende Seite berechnen. Den Winkel bräuchte ich also den hier oben. Dann könnte ich, also den Winkel ADM, dann könnte ich die Strecke AM gegenüber setzen. Aber da habe ich keine Chance, ihn zu berechnen. Das gibt es momentan wenig. Andere Möglichkeit wäre, die Strecke MD zu berechnen. Die Überlegung geht wieder gleich, liegt im Dreieck AMD, ist nicht recht, das heißt Sinussatz, Kosinussatz. Und jetzt fällt im Prinzip schon auf, wenn ich den Kosinussatz ansetze, habe ich eine Seite AD, die zweite Seite AM und die dritte Seite ist gesucht. Und einen Winkel habe ich auch, der dieser Seite gegenüber liegt. Also drei Seiten und einen Winkel. Damit kann ich mit dem Kosinussatz die Strecke MD berechnen. Und sobald MD bekannt ist, kann ich da auch den Sinussatz von vorhin anwenden, um meinen Winkel DM auszurechnen. So, also, das ist schon das ganze Geheimnis. Ich brauche zuerst die Strecke MD oder DM, um den Winkel dann berechnen zu können. So, wir haben gesagt, wir brauchen den Kosinussatz. Beim Kosinussatz ist nur wichtig, dass ich mit der Strecke anfange, die gegenüber vom eingesetzten Winkel liegt. Ja, die liegen sich immer gegenüber. Ich habe den Winkel von 48,01 Grad, also muss ich auch mit der Strecke DM beginnen. Daraus folgt, DM Quadrat ist gleich. Und jetzt die beiden anderen, in welcher Reihenfolge man die einsetzt, spielt keine Rolle. AD Quadrat plus AM Quadrat minus 2 mal AD mal AM mal Kosinuss vom Winkel MAS. Bekannte Größen einsetzen, AD sind 4 Zentimeter, also 4 Quadrat plus 9 Quadrat minus 2 mal 4 mal 9 mal Kosinuss von 48,01 Grad. So, das kann man theoretisch in den Säufer reintippen. Oder wer keinen Säufer zur Verfügung hat, ganz normal mit der Wurzel. DM ist schon aufgelöst, also DM Quadrat steht auf der linken Seite alleine. Ich schreibe es hier mal nochmal hin. Und dieses Quadrat bekomme ich weg, indem ich die Wurzel ziehe. So, dann mache ich eine riesen Wurzel. Da schreibe ich nochmal alles drunter, was ich in der Zeile oben aufgeschrieben habe. So, also 4 Quadrat plus 9 Quadrat minus 2 mal 4 mal 9 mal Kosinuss von 48,01, da die Wurzel drüber wird. Und das kann ich jetzt wieder in jeden Taschenrechen eingeben. Und dann folgt für DM eine Länge von 6,99 Zentimeter. So, das habe ich berechnet. Nächster Schritt, jetzt kann ich mich an den Winkel DM A wagen. Ich habe ja vorhin gesagt, der Sinussatz sieht eigentlich schön aus. Das Fragezeichen ersetze ich jetzt mal durch die Länge, 6,99. Ja, und jetzt sehe ich, dass ich den Sinussatz anwenden kann. Gegenüber der 48,01 Grad liegt die 6,99. Und gegenüber des gesuchten Winkels DM A liegt die Strecke von 4 Zentimeter. Also funktioniert es. DM A. Ich fange mir mal mit dem Unbekannten an. Das, was gesucht ist. Also Sinus von Winkel DM A. Geteilt durch die Länge der gegenüberliegenden Seite. Das war die Strecke AD. Genau. Ist gleich, wenn ich links mit dem Sinus anfange, muss ich auf der rechten Seite mit dem Sinus anfangen. Sinus von 48,01 Grad geteilt durch die gegenüberliegende Strecke. Das war die Strecke DM. Ich schreibe es hier nur allgemein. Sinus von Winkel MAS. So, erst im nächsten Schritt setze ich jetzt die bekannten Größen wieder ein. Sinus von Winkel DM A geteilt durch AD waren 4. Ist gleich Sinus von den, oben steht es ja, 48,01. Geteilt durch DM sind 6,99 Zentimeter. So, das kann man jetzt entweder über den Taschenrechner, über den Solver lösen oder muss noch per Umformung was umformen. Zuerst muss ich, also ich muss nach DM A Winkel DM A auflösen. Das heißt, ich muss zuerst die 4 wegbringen. Deswegen multipliziere ich meine Gleichung mit 4. Folgt als nächstes Schritt. Sinus von Winkel DM A ist gleich 4 mal Sinus, 48,01 geteilt durch 6,99. Und jetzt muss ich noch den Sinus wegbringen. Das schaffe ich mit Sinus hoch minus 1. Also folgt daraus Winkel DM A ist gleich Sinus hoch minus 1 von, und jetzt hier was auf der rechten Seite steht, 4 mal Sinus von 48,01 geteilt durch die 6,99, Klammer zu. Und das jetzt in jeden Taschenrechner eintippen. Und dann kommt raus 25,17 Grad. Ja, Aufgabe gelöst.